Ich glaube, von dem haben sie ganz viele Animes aufgeholt auf Netflix. So, neuer Aufnahmeversuch. Ich hoffe, es wird jetzt eine schöne Runde. Ich will jetzt eine schöne Runde sehen. Wir haben nur schöne Runden. Stimmt, stimmt, stimmt. Die anderen Runden passieren ja nicht. Das habe ich vergessen. Willst du wiederhattet der Riechwein oder was willst du machen? Weiß ich noch nicht. Guck ich mal. Ich würde sonst wieder Artillerie übernehmen. Kannst das doch gar nicht. Wenn du so gerank gehst, brauch ich Artillerie, dann gleich die Jägerinfanterie. Der spielt nur Scheiße zusammen, der Junge. Bö, tue ich nicht. Aber Kessel wäre hier auch nicht. Das hier kannst du dann neutralisieren. Und hier kannst du einen Trupp rausschicken. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Hast du sie wieder ausgeholt? Ja, ich habe eine ausversehen geklickt. Ich habe ausversehen geklickt. Ja, eine Doppelartillerie soll ich auch eine Artillerie aussehen? Nein, ekelhaft. Doppelartillerie. Das wird so in die Hose gehen. Das wird so unglaublich in die Hose gehen. Komm, Sturm, Pioniere, reiß das raus. Mach ich kurz zum Glück, vielleicht bitte. Das ist ja nicht. Abbrücken. Okay, beide Amerikaner sind bei Pionieren. Irgendwie hat der nicht gerafft, dass das nur Pioniere sind. Der läuft vor mir weg. Der hat echt nicht gerafft, dass es nur Pioniere sind. Alter, wieso sind die schon gestunnt? Ich hasse das. Jetzt kommt der zweite Trupp. Finde ich nicht gut. Ich möchte reklamieren. Und steht ein Mörser-Trupp zum Einsatz bereit. CT gleich zurück. Vielleicht kriegen wir noch was abgefarmt. Was? Auf dem Vierer. Hast du grad CT gesagt? Nein. Abgefarmt. Ach, die brauchen einen Mörser- äh, einen Mier ein. Wir haben einen neuen Grenadier-Trupp. Sicher diesen Sektor. Wir sind mit Sie oder wir. Granate, los. Komm, ich knaff mir mal den Grenadier da. Ja, ist klar. Was sind das für Kack-OP-Alliierten-Granaten? Immer wieder. Weiß. Ich krieg's kotzen. Jedes Mach aufs Neue. Ach, dieser will ich schon vorher. Ich dodgedo schreien. Ich wusste, dass da eine Granate kommt. Pioniere, nehmen das Ziel ein. Brauchen Sie indirekten Beschutz? Wie können wir jetzt uns? Grenadiere, es ist Zeit zu gehen. Granatwerfer trotten. Boom. Grenadiere, Zeit zu gehen. Boom, 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 boom. Das war verdammt knapp. Schieß es. Wir haben uns erwartet, wir können uns da um. Boom, boom. Boah, ich hasse MGs. Ja, komm, 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 komm. Ja, pull by. Danke, so. Wie kann man halt dieses Games? Ich hasse sie. Das ist keine Kerneinheit. Ich will sehen, wie jemand nur MGs spielt. Nichts anderes. Da gibt's zwei Mongos, aber die Spieler haben ja noch andere ekelhafte Einheiten. Da holt uns im Nizio. Wahrscheinlich steht das im Nizio. Oh Gott, f*** ich doch. Oh Gott, war das knapp. Bewegung, fernadierer, haben Verluste. Bezug. So, ich bin die Renatierer. Ich komme noch gleich in die Flanke gelaufen. Äh, ich habe jetzt nur... Das sind doch nur Royal Engineers. Sie können auf uns zählen. Hier schwer ein, das ist ein... Könnt ihr das bitte übel einnehmen? Mache ich gleich. Ich habe gerade noch einen Bunker gebaut. Pioniere haben nun Zugang zu besseren Waffen und Soldaten. Werden von Handfeuerwaffen bis... Erstmal ein Bäumchen als Deckung benutzen. Nehmen Heubein. Wo bleibt das MGH? Ich habe dann das MGH rausgenommen, ne? Na, das will ich nichts. Genere melden sich bei... Und auseinander auswählen noch nichts. Das ist nämlich eigentlich der Einzige, der gerade Probleme mit meinem Gegner hat. Rücken vor zum Ziel. Ne, würde ich nicht sagen. Ich habe da noch ein bisschen Polymyra gehackt, aber jetzt geht es wieder an den Weg. Oh, ich habe dir gesagt, es ist die Mine oder Leisen. Oh, fuck. In der Mitte ist einer wieder. Hm. Das nächste Mal mache ich wieder OKV. Ja, ich sehe das, aber... Was, ich will doch kurz Wut OKV, also was willst du überhaupt? Alter. Äh, auch wieder spielen? Nein. Aus. Ach, bis zu. Nein. Absolut nein. Äh, doch. Ich überlege gerade, Flammenwerfer für... Du hast deine Mine geleckt. Unter Beschuss durch Handfeuer. Jo, hat sich das getroffen. Ja, zwei Drops. Also, zwei Mann von einem Trupp. Hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Voll, weil der immer noch an die Front läuft. What the fuck? Nanananananananana. Ja, das MG dreht sich auch so in einer Geschwindigkeit. Nein, dann willst du dir unsere Quadrucks nehmen. Ich hab' nur versucht, dich verzerrigen. Ist das Rass? Bitte. Äh, das ist ein Orbex-Standards, aber... Ich muss jetzt mal trinken, gerade den zweiten gehauen. Stopp. Au. Warte schon. Komm, komm, krieg dich. Jawoll, wir haben den Trupp gebaut. Ich hab' keine Munition, ey. No Munition. No Munition. Doch, ich krieg' eins rein. Ich hab' no Munition. Auffassen, auffassen. So, dass es sich zurückzieht. Kann er ficken gerne im Rückzug. Was, wer, wie, wo? Und das nicht jeder. Du geh'n. Alter, verdammt, der Amerikaner. Ich kann mir helfen, der andere frische Panzer kann an ihren Zugriff. Boah, ja. Ich liebte, dass die einfach MG sich umrennen können. Dass MG es einfach im Haus lassen sollen. Das wär's auch... Ach ja, stimmt. Oh, okay, stopp. Dann wär's nicht in leeren Händen gefallen. Das stimmt. Ja. Äh. Ja. 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 Zack, zack. Ja. Ja. nein das schwein das ist unfair dass wir so jetzt mal dreist weißt du was das sollte man eigentlich nicht tun ich mach es einfach mal mit lustig was bist du denn auch so ich baue hier im mg-bunker achtung noch eine weiter zurückziehen achtung denn ohne kaufzeit stöter beschoss der läuft einfach stuhr durch das ist richtig der lernt der wollte das mg einhauchen wieso kostet das 200 ich gehe mal hier auf den weg auf den konzentrieren ruhig schon also ich habe es mir hier sehr gemütlich gemacht ja dann helfen wir in der mitte wenn man im pack da ist dann werde ich wahrscheinlich nicht mich irgendwo hier reinsetzen und dann später daheim bin richtig fies heute die pack schneller das ding muss in drei minuten davon sein ach ich weiß schon wieder was fett spielst du ach doch nicht äh achtung fett ich meine mitte aus zu sehen wer läuft weißt du überhaupt wie man spiel werden ganz gut angebracht würde ich mal sagen du weißt dann läuft er bei mir das problem ist das klingt jetzt kacke aber nein kann ich wirklich nicht da ist klar zum teil manchmal manchmal fühle ich mich richtig hart verarscht der bestimmt auch kann also das mg buch als er hat so gut ich habe rechtzeitig jetzt habt ihr probleme was hat denn ja bei der rückzugspunkte aber wollen sie mit ganzheit in die seite reinlaufen ohne wie gesagt nichts von mir ja aber ich kann mich ja deswegen sollst du mal vielleicht ein zwei tropen machen die hin und wieder den punkt einnehmen ja wohl alter ich steche da die ganze zeit rein was willst du ich habe meine kompletten mega verloren ich bin kampfen fähig passiert hier recht auf nein ich komme hier weiter aufs rücken rückzug 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 da auch noch was dazu sagen 8 9 10 weil ich habe anschaut da und es hat sich gerade so angehört als voraus ist mein bunker zerstören hallo ja ja voll gewiped ja wohl rücken aus positionieren und sind fein einpacken und ausrücken arschgeige alter 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 raus kommt schon kommt schon natürlich der erste schutz glaube ich ist meistens präzise kann das sein große fabrik wird gebaut rücken vor ein feindliches gebiet wirst du warst du warst höchst effektiv doch etwas geratet nur wenn du gegen ihn kompetente spieler schläfst weil der brit hat einfach nicht keine form von artillerie gebaut um den zu beschießen das mal gegen den lang war das mal gegen den briten der mörser stellung baut und zu keinen meter voran haben jetzt zugriff auf die panzer abwehrkanone amitrop gewalt also wie gesagt aufklärung stein mal hier ein bing da der frist der frist ja ich will jetzt nichts mehr ich darf noch kurz zu masterchips hauptquartier ist zu nah am hauptquartier ich will ja davon geheilt werden und zu nahe ist nicht wie die dinge werden da eigentlich natürlich war die schläge werden dann wieder achtung fett von hinten ja ich sehs ich sehs schon wieder in den richtigen truppen gefallt alter bitte unterdrücken an einem stück aufbiet war jetzt hat er schon wieder in den bunker zerstört wird zerlegen oder ja bin schon dabei sagte würfen warum ist immer der wettbreitung sterben jawohl jawohl will wer in den park oder in mg raus da raus da ja ich hab's schon gesehen ich hab's schon gesehen ich fahr mit dem panther an die front im übrigen ab zum beispiel jetzt ist der bunker bei mir sinnlos geworden weil er sofort irgendwie geklatscht er war nicht effektiv genug ah ah raliope doch panther raliope star raliope 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 eventuell raliope 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 ja würdest du etwa nicht auf ein stehendes ziel mit artillerie schießen und Sollst du auf das Ding da schießen? Ah! Ha! Sack, 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 sack! Warte, ich hebe... Kann ich aufheben? Oder hebe du auch ein bisschen aus W-Ferncamp einhalten? Kann ich aufhe... Ah, fack, auf, fack, auf, fack, auf, fack! Ich hebe es auf! Warum nur mit drei? Immer mit drei! Immer mit drei! Immer mit drei! Sollten... Hallo, fack! So, ich kann mir jetzt noch mal schnell entschauen! Frag mich doch! Hä? Was hat der andere noch alles kranker gemacht? Das ist genau, die sie mich aufgeben haben! Digga! Bitte was? Das... Ja, da war doch alles drin! Der eine andere kann nicht auf der anderen Seite. Der hätte uns vielleicht noch angreifen können. Also mein Brite war unfähig. Den habe ich immer wieder Truppen abgenommen, der kam keinen Meter weiter. Und der Ami, der ihm helfen wollte, hat auch nur das, was Master Chief die ganze Zeit halt von mir wollte, ein, zwei Truppen rüber geschickt. Die sind halt auch reggestorben. Also ab einem bestimmten Punkt war bei mir dann so, ja, ich spiele mit dem, mal gucken, was er noch macht. Ich glaube, ich hatte gar nicht die höchsten Beluste. Nee, Master Chief, der hat doch seine komplette Armee verloren, wie regelmäßig. Ja, aber Fett hat am Ende nochmal Hardcore gezackt. Also Hardcore verloren. Der hat auch drei Truppen verloren. Fünf Rasiere gebaut, vier verloren. Da musste ich kurz ein Screenshot von machen. Fett hat aber eine schöne gerade Zahl an Shit-Damage gemacht. Hä? 12.030. Nö, bei mir hat er 12.000. Ach so. Ja, wie gesagt, Company Furious ist da echt inkohärent, was Schaden angeht. Ich habe 12.030. Ja, bei mir auch. Du hast 12.000. Blatt. Nö, ne, hat bei mir 4.300. 3. Wie viel habe ich bei dir? 14.003. Ach so, ja, irgendwie fehlt bei dir ein bisschen Schaden, weil ich habe 14.092. Und wer war eigentlich, ja doch, das war der Riese hier auch. Ja, der hat halt ordentlich aus der Nase bekommen. Und 71. Ich habe echt bei ihm... Obwohl er der faszig von denen ist. Ne, es kann auch einfach sein, dass das auf dem gleichen Move war wie ich das manchmal. Ich habe ja auch ein enormes, also ich habe da auch das höchste Level. Ich glaube, wenn man mir Level-Cap aufheben würde, dann wäre ich auch so... Ach, der cheatet doch in GTA bestimmt auch. Ähm... Aber das ist so, wenn du halt die ganze Zeit nur Deutschen spielst, kann sein, dass er jetzt zum... Was weiß ich, zum zweiten, dritten Mal Briten gespielt hat, dann stellst du dich halt an wie ein kompletter Vollnoob. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das war auch die letzte Runde, weil wenn wir jetzt noch einen Runde anfangen, dauert das zu lange.